Hallo? 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 Ah! Ah! Da haben wir ja den Übeltäter! Oh! Voll ins Auge! Tut mir leid. Oder war das die Nase? Egal. Jetzt ist es keine Nase mehr oder das Auge. Das ist auch schon egal. Da unten läuft einer. Oh, wie schön. Ich mag dich. Ah, da kann man leider nicht. Hallo? Hallo? So, wie geht's dir so? Und ich muss da rüber. Gut. So. Lalalalala. 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 Der holt unser Monition. Monimonition. 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 Spawnen da gerade wieder ein paar Russen. Ah, und auch deutsche Scheiße. Ich brauche hier Deckung. Ah, hier ist, hier ist perfekt. Wo sind denn hier welche? So, einfach mal hier raus. Ah, no, servus, wie geht's dir so? Jo, 1855 Punkte. Super. Oh, oh, oh. Nein, ich erledige dich. Kopfschloss. Einfach mal hier durchraschen. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Euch... Euch braucht keiner. Ihr seid suspendiert. Und wenn ich das sage... Dann ist das so. Links war noch einer. Der ist abgehauen. Da. So, okay, 15 Punkte. Ah, der ist nachgeladen. So, mal durchschleichen. Ja, und wir haben hier scheinbar das erste Ziel erreicht. Oh, geil. Okay, die Schatten sind schon geil, um sich zu geben. Aber ich sonst alles, ich hasse. Ich hasse die Welt. Habe ich hier gerade auf... Aufsehen erregt? Bin schon minimal. 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 Hey. Was hat denn der für eine Verrenkung gemacht? Sollte sterben? Ah, da ist das Grattler irgendwie. Da drüben. Da drüben. Oh, wo sind denn hier die ganzen Grattler? Äh, äh, äh. Das geht ja mal gar nicht. Kaum raus, du Sau. So, auch. Und doch, da. In die Eier. Halt, wann guckt ihr euch alle? Ist doch schlecht für einen Rücken. Ja. Jetzt haben wir hier wieder einen Massaker veranstaltet. Was war das? Deine Mutter. Ach, komm schon. See jemand? I hope not. Ach, hallo. Ja. Aber es musste hier etwas Hilfreiches geben. Ein Notizblock. Hui. Ja, schön schraffieren, damit wir das Geschriebene sehen. Tiergarten. So, wir müssen den V2-Raketenstart aufhalten. So, wir müssen den V2-Raketenstart aufhalten. So, wir müssen den V2-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen-R So. Was seid ihr denn alle? Da drüben? Dann kommst du mal schön runter hier zu Mami. Deine Mami, die Kugel. Ja, dir tut schon weh. Selber schuld, wenn du mich abschießt. Wenn du mich nicht abschießt, dann passiert euch nichts. So. Tomatensoße. Das Blut jetzt immer nur Tomatensoße. Müsst ihr euch vorstellen, sonst wäre das ja voll brutal hier. Voll krass, brutal. Ja. Ich ran hier hoch. Das macht so Spaß. Und da verbrennt ein Papier, das so wichtig ist. La la la, eine Landkarte. Das sollte alle möglichen Stabplätze rund um Berlin. Nur einer war noch in Betrieb. Und auch von den Russen besetzt im Gebiet. Kein Panik. Das musste er sein. Boah. Ja, war das krass. Ja, Schneipausch gewischt, ne? Möchte er zurückschnipern. Da hinten. Du hast mich in Lebensgefahr gebracht. Und flieg, Kugel, flieg. Flieg. Ja. Meine Kugel ist geflogen. Meine Kugel ist geflogen. So, wir gehen hier ganz am Dach im Klang. Nein. Da ist ne Flasche. Ui. Ja, ui. Ja, ui. Ja, ui. Ich flasche. Ui. Du triffst uns niemals. Und die Kugel fliegt direkt in die Kamera. Ja. Lame. Und all prunk, neu starten. Und dumm dumm dumm. Dumm 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 dumm. Dumm dumm dumm. Dumm 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 dum was ich habe noch so wenig Schoß so, jetzt 100 dumm, 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 haben wir jetzt gleichzeitig geschossen ja, lol, wenn sich die Kugeln treffen so, lol, nehme ich vielleicht auch noch auf je nachdem muss man mal schauen, wie das Game so ist Pech hast du gehabt jetzt ah, wir können da doch hallo hallo, die, die auf mich schießen und verschielen ja, Fritzin, hallo da einer einer schon mal zwei immer da, da drei wo bist du? komm raus zum Glück sieht man die Streifen so, sonst wäre es ein schwierig, die zu entdecken so, ich bin hier dann im Haus Mission erfolgreich so, dann würde ich sagen an dieser Stelle mache ich dann Schluss und ciao